Und dann sagt Rorschach auf einmal, oh, ich bin ein unartiger Junge, also ich fand das irgendwie lustig. Mhm. Ach ja, hast du schon den Teaser zum neuen Elder Scrolls Spiel gesehen? Moment, warte, die machen ein neues? Oh Gott, die letzten beiden waren schon geilo. Ja, aber es wird kein Gameplay gezeigt. Ist nur so ein alter Typ, der ein Voice-Over macht. Oh, jetzt hast du mich ganz neugierig gemacht. Jetzt bleib mal auf dem Boden. Dir geht immer einer ab, wenn du Trailer schaust. Was? Gar nicht wahr. Leck mich fett, was ist das? Habe ich ein neues Ziel? Ist es wahr, wunderbar, ein neues Zelda-Stulzspiel? Zeit ist knapp, mach nicht schlapp, es geht jetzt erst richtig los. Tschüss Mama, Tschüss Papa und davon nur noch Fotos. Ich bin Off, Azeroth, man sieht sich Hyrule. Nicht mehr on, in Elvion, ihr seid nicht mehr so cool. Nun zock ich nur noch Müll, aber es wird schon bald beginnen. Mein neues Abenteuer im Reich von Skyrim.